Freunde, spart euer Geld. Ich habe wieder die beliebtesten und neuesten Dupes zu teurem, teurem Make-up. Und heute haben wir hier teilweise sogar Luxus-Make-up-Dupes dabei. Wir haben alles von Puder bis Fixing Sprays, einem viralen Produkt, zu Blushes, zu Concealer, zu vielen verschiedenen Produkten. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video in Glitzelglanz ein bisschen aufheitern kann. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Start in die neue Woche. Das Wochenende liegt mir noch ein bisschen in den Knochen. Es ist aber auch gerade Montag, 7.19 Uhr. Verzeiht mir. Ich bin da. Hello. Ihr wisst es, ich liebe Dupes. Und ich liebe, liebe, liebe es auch zu schauen, was könnte welchem Produkt wirklich ähnlich sein. Und deswegen habe ich heute ein paar spannende Produktneuheiten für euch, die jetzt auch wirklich erst neu dazugekommen sind. Das heißt also, es sind brandneue Dupes, die ihr vielleicht noch gar nicht so gesehen habt. Deswegen, ich brauche eure volle Aufmerksamkeit. Wir starten mit dem ersten Produkt. Und ihr kennt es mit Sicherheit. Das ist das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray. Ich habe es euch neulich gesagt, dass ich das gekauft habe, um zu gucken, ob es ein Dupe zu dem Dupe, was ich hier habe, ist. Ist es. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich muss dazu sagen, das ist und das wird immer eins der besten Setting Sprays bleiben, die ich kenne, weil es sehr besonders ist. Erstmal, der Duft ist einmalig. Den Effekt, den dieses Spray auf die Haut macht, ist nicht zu überbieten. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich finde, es ist immer schwierig, jemanden zu erklären, der nicht so tief in dieser Make-up-Welt drin ist, was dieser typische Charlotte Tilbury Look ist. Charlotte Tilbury hat einen ganz speziellen Look gemacht. Und das ist, glaube ich, auch ihr Erfolgsgeheimnis, wenn man sich andere Brands anschaut, die von Personen abhängig sind. Die haben zwar ein gebrandetes Packaging, aber einen ganz bestimmten Look hat meiner Meinung nach eigentlich nur Charlotte Tilbury und Bobby Brown, die auch diese Jones Road Brand gemacht hat. Das ist alles immer gleich ähnlich und sieht immer ähnlich aus. Das ist ein sehr, sehr gutes Setting Spray. Das kann man auch als Primer benutzen. Ich will heute aber ein anderes Produkt benutzen. Und das ist ein ganz, 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 ganz neues Produkt von Asam. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen. Maxim, kannst du die neuen Produkte von Asam testen? Guess what? Wir haben hier sogar drei dabei heute. Das ist das Make-up Fixing Spray. Sieht von der Verpackung her sehr, 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 sehr ähnlich aus. Kostet natürlich nur einen Bruchteil. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch. Mit dem Code gibt es nämlich 15% auf alles. Egal, ob jetzt hier dekorative Kosmetik oder pflegende Kosmetik. Schaut da also gerne vorbei. Ich verlinke euch unten alle Produkte. Und ich zeige euch natürlich auch alle Produkte gleich in Anwendung. Falls ihr Asam nicht kennt, wundert es mich natürlich. Aber Asam ist ein Familienunternehmen hier aus Deutschland. Mit ganz, 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 ganz tollen, sehr hochwertigen Produkten und Inhaltsstoffen. Und sie haben vor einigen Jahren entschieden, auch in den Make-up-Bereich zu gehen. Und da haben sie wirklich einen Kern der Zeit getroffen, weil sie dieses Pflegende mit Make-up verbinden. Das Setting Spray hat sogar Neacinamid mit drin, was erstmal einmal diesen Glow gibt, aber trotzdem nicht zu speckig wird. Das Make-up auch wirklich gut fixiert. Und ich benutze das jetzt als Primer. Ich werde jetzt ein paar Produkte im kompletten Gesicht benutzen und ein paar auch im Side-by-Side-Vergleich, dass ihr den Unterschied sehen könnt. Der Sprühnebel ist sehr, 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 sehr fein. Es ist nicht parfümiert, das ist ganz, ganz wichtig. Zumindest nicht so, dass du es riechst. Also vielleicht ist hier ein ganz, ganz kleiner Anteil an Parfum mit drin. Aber du riechst nichts. Es zieht sehr, sehr schnell ein. Der Nebel ist ultra fein. Genauso wie der von Charlotte Tilbury. Es hört sich auch schon gleich an. Wobei ich sagen muss, das von Charlotte Tilbury riecht natürlich ein bisschen. Das lassen wir ganz kurz einziehen. Ich mache mal ein bisschen Foundation rauf. Ich habe ehrlich gesagt keine neue Foundation, wo ich sage, boah, die lohnt es sich jetzt irgendwie zu dupen. Deswegen einmal Foundation und dann kommen wir zum Concealer. Ihr seht das. Ich habe meine Foundation vorab erst mal mit dem Finger aufgetragen. Und das ist etwas, was ich gerade probiere. Denn ich habe festgestellt... Das ist ja kein... Das kenne ich nur bei preisverdächtig. Die Entdeckung ist eigentlich logisch. So ein Schwamm ist porös. Der saugt Produkt auf. Und ich will ja so ein bisschen nachhaltiger auch mit meinen Produkten umgehen. Bei Produkten, die... Weiß ich nicht. Die mir am Herzen liegen auch total. Und ich habe jetzt eine Foundation benutzt. Die mag ich sehr, sehr gerne. Aber wenn ich eine Foundation auf der Mischplatte beispielsweise mit dem Schwamm jetzt hinnehmen würde, dann würde ganz, ganz viel im Schwamm verschwinden. Und so habe ich A, deutlich weniger Produkt benutzt. Ich kann mir... Man muss sich daran gewöhnen. Ich meine, wir haben jetzt die letzten fünf Jahre eigentlich nur noch Beautyblender benutzt. Aber so kann ich das ein bisschen punktueller auftragen. Und dann gehe ich mit dem Schwamm erst rein und blende das richtig schön ein und hebe das überschüssige Produkt mit weg. So spare ich mir nicht nur Produkt. Schau mal, ich habe zwei Pumstöße verbraucht und ich habe noch alles auf dieser Mischplatte. Mischplatte gibt es bei mir im Shop. Das ist eine Gewöhnungssache, wie ich finde. Also ich muss mich da auch noch so ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich glaube, dass das langfristig eine gute Sache ist, weil du einfach eine deutlich dünnere Schicht hast. Und wenn ihr das Problem habt, dass euer Make-up irgendwie zu schwer aussieht oder zu passlich aussieht, weil ihr halt immer mehr und immer mehr und immer mehr nehmt, damit es irgendwie gleichmäßig ist, probiert es wirklich mal erst mit dem Finger so grob zu verteilen und dann mit dem Schwamm rüber zu gehen. Vielleicht funktioniert es bei euch. Das Schöne ist, wenn ihr Setting Spray als Primer und auch so wie ich jetzt zwischendurch benutzt, sorgt ihr dafür, dass die Produkte, die wirklich halten sollen, wie beispielsweise Foundation, Concealer, Puder, auch richtig, richtig gut halten. Das ist ein geniales Setting Spray. Ich habe das jetzt seit zwei Wochen hier. Ihr seht das, es ist kaum was raus. Ihr braucht hier nicht viel, weil der Sprühnebel einfach so fein ist. Und es hinterlässt auf der Haut auch nicht diesen schmierigen Film. Das ist ganz, ganz besonders. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Als Concealer habe ich euch zwei mitgebracht. Einmal von Huda Beauty den Faux Filter Concealer. Den tragen wir uns einmal auf der linken Gesichtshälfte auf. Und auf der rechten Seite den Revolution in Real Life Filter Finish Concealer. Der ist jetzt ein bisschen heller. Wird jetzt farblich vielleicht ein bisschen unterschiedlich sein. Aber auch die sind, das ist echt spannend, ne? Die riechen gleich. Die fühlen sich von der Textur her gleich an. Ich gebe mal hier noch so ein bisschen hier unten hin, dass es farblich ein bisschen besser passt. Und haben auch ein ähnliches Finish. Also das ist kein Luminous Finish. Ich habe gesehen, da wollte ich ja mit euch drüber reden. Hier, wer heißt da die gute? Natascha Denona hat einen Concealer rausgebracht. Der sieht aus, als wäre der nass. Also klar ist er nass. Wow, guten Morgen, Maxi. Der ist ja nass, ne? Aber der sieht so lichtreflektierend aus. Ich muss mir mal ein paar Reviews anschauen. Aber ehrlich gesagt tue ich mich sehr, sehr schwer damit. 38 Euro für einen kleinen Concealer auszugeben. Das ist nicht so ein Jumbo-Ding hier mit 20 Gramm oder so, ne? Das ist, ich glaube es sind 5 oder 6 Gramm 40 Euro. Und am schockierendsten finde ich es immer, ich blende den Concealer immer aus, am schockierendsten finde ich es immer, wenn, du bist ja verpflichtet, das auf 1 Kilo oder 1000 Milliliter hochzurechnen. Und dann stehen da 5.856 Euro für einen Liter Concealer und ich dachte mir so, nein. Ich drehe auch extra den Schwamm immer auf die saubere Seite. Es sind beides Concealer, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr eine sehr ölige Haut habt. Also wenn ihr Probleme habt mit fettender Haut um die Nase oder euer Make-up schnell von den Lidern rutscht, ist das ein Concealer. Beide Concealer übrigens, die ihr sehr gut auch als Lichert und Primer beispielsweise benutzen könnt, weil die halt sehr, 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 sehr fest werden und im Prinzip kein Puder benötigen. Ich finde sogar, dass sie ohne loses Puder noch besser aussehen, deswegen benutzen wir heute auch kein loses Puder. Und auch hier wieder eine Schicht Setting Spray. So sorgt ihr wirklich dafür, euer Make-up wird den ganzen Tag halten. Das ist unglaublich. Die Base ist einmal eingearbeitet. Kommen wir zum Blush. Und da haben wir hier von Natasha Denona, der guten Maus, den Puff Paint. Und ich glaube, das war jetzt auch das letzte Mal, dass ich den benutzt habe. Der ist ja schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, vor zwei Jahren kam der raus. Drei Jahre vielleicht sogar schon. Ein sehr, sehr schöner, geliger Blush. Also der ist nicht zu deckend, sondern hat eher so eine wässrige Basis. Sehr, 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 sehr schön. Vor allen Dingen auch auf Make-up oder auf Haut ohne Make-up, ohne Foundation. Wunderwundervoll. Ganz zart pigmentiert. Man kann ihn gut aufbauen. Den gab es in verschiedenen Farben. Ich glaube, aber auch nur drei Farben. Und ich habe hier die... Die weiß ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung, wie die Farbe heißt. Ich schreibe es euch hin. Oder ich verlinke es euch unten. Der ist so ein bisschen wässrig. Geht so ein bisschen in die Apricot-Richtung. Sehr, sehr schöner Blush. Ich mag die Formulierung sehr, sehr gerne. Maybelline hat im Prinzip genau dasselbe Produkt. Ich glaube, sogar zeitgleich rausgebracht. Das sind diese Cheek Heat Produkte. Ich weiß, dass viele den nicht so gerne mögen, weil sie den zu leicht sind, zu gelig sind. Der ist ein bisschen dunkler. Aber wenn du den ganz dünn aufträgst, hast du dasselbe Finish. Und Maybelline hat auch viele, viele Farben davon. Ich habe auch nur eine von Maybelline. Deswegen farblich, ihr kennt meine Dupes, ist es nicht immer präzise. Mir geht es wirklich so ein bisschen um die Formulierung, um das Gefühl auf der Haut. Und das habt ihr damit definitiv. Auch eine sehr wässrige Textur. Ist auf Wasserbasis der Blush. Funktioniert demnach auch sehr, sehr gut. Einfach ohne Foundation. Foundation ohne Puder. So ein bisschen, wenn ihr ein bisschen Farbe im Gesicht haben wollt. Ich bin im Moment sehr blass. Liegt einfach daran, dass ich mich im Moment mit Lichtschutzfaktor wirklich bade. Weil die Sonne hier bei uns sehr, sehr intensiv ist. Habe ich das Gefühl. Oder meine Haut ist einfach super empfindlich geworden. Sehr schön. Ich sehe sehr blass, sehr frisch aus. Deswegen gebe ich meiner Haut mal ein bisschen Puder, ein bisschen Bronzer. Und bin gleich wieder da. Kleiner Tipp. Probiert wirklich aus, cremige Produkte mit einem Puderpinsel aufzutragen. Ich habe jetzt hier diesen Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer von Make-Up bei Mario. Das ist ein cremiges Produkt. Auch sehr, 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 sehr leicht auf der Haut. Ich trage ihn trotzdem mit einem Puderpinsel auf. Das ist jetzt hier einer von Art Deco. So einen Blush Brush habt ihr mit Sicherheit alle zu Hause. Der nimmt nicht zu viel Produkt auf. Und ihr habt wirklich diesen ganz, ganz zarten Effekt. Und ich finde, da muss ich mich aber auch selbst korrigieren. Und ich habe auch immer gedacht, so okay, zart heißt halt, es ist nicht da. Aber zart heißt nur, dass es nicht zu viel ist und trotzdem der Effekt rauskommt. Jetzt sehe ich auch ein bisschen frischer aus. Und ich habe noch ein krasses Dupe. Wir lieben es alle. Das Child Tilbury Flawless Finish Powder. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Funktioniert sehr, 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 sehr gut unter den Augen. Ich nehme es mit dem Microfiber Multitool auf. Und gehe damit hier einfach lang. Ihr könnt damit direkt auf eure Haut gehen. Ihr könnt damit grobflächig setten. Es ist ein sehr, sehr feines Puder. Und eines der beliebtesten Produkte, wie ich auch finde, von Child Tilbury. Auch zurecht. Aber es ist natürlich ganz schön teuer. Und ich habe auch hier ein Dupe von Asam. Und das ist auch ein neues Produkt. Das ist das Satin Compact Powder. Das ist jetzt ein bisschen dunkler. Aber, und das finde ich ganz spannend bei diesem Produkt. Es ist so gemacht, dass es auf der Haut sehr weich aussieht. Es zeichnet die Haut einfach weich. Und sieht nicht pudrig aus. Und gerade wenn ihr unterwegs seid. Ihr habt übrigens gar kein Kickback. Gerade wenn ihr unterwegs seid. Und vielleicht mal ein bisschen korrigieren wollt. Das ist genial. Nehmt euer Microfiber Multitool mit. Geht da rein. Unterwegs. Dann könnt ihr ein bisschen hier unter den Augen, um die Nase. Und es hat sogar eine leichte Deckkraft. Einfach lang gehen. Ich finde es sogar noch besser als das Childe Tilbury. Weil es ein bisschen mehr Deckkraft hat. Ich habe es hier in der Farbe Nude. Sehr, sehr fein. Also, wenn du es swatchst, du merkst es nicht. Es fühlt sich schon fast ein bisschen silikonig. Wird auch immer falsch verstanden. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Diesen zarten Touch. Dieses ganz ultra, ultra feine. Sehr, 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 sehr gut. Funktioniert genial auf jeder Foundation. Und auch hier darf das Settings Spray nicht fehlen. Und jetzt seht ihr auch den Effekt noch einmal auf der Haut. Meine Haut ist mattiert, aber nicht so leblos. Einmal rauf. Kurz einzeln lassen. Und ihr braucht auch keine Angst haben. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit dem Art Deco Fixing Spray habe. Ich liebe das, weil das Finish einfach wunderschön ist. Aber du bist danach wirklich so... Da ist kaum was drin, was sehr schnell verdunztet. Und dann musst du mit dem Ventilator und gucken, dass es irgendwie schnell weggeht. Hast du hiermit absolut gar nicht. Und jetzt sieht die Base richtig natürlich aus. Ohne. Und das ist das, was ihr immer so liebt. Deswegen kann ich euch das so empfehlen. Ihr wollt nicht dieses Ultraspechige. Ihr wollt nicht dieses Ultraglorige haben. Get this. Für die Augen habe ich noch etwas, was ich euch gerne einmal zeigen wollte. Und das sind die Liquid Eyeshadows. Einmal von Giorgio Armani und von Rival Loves Me. Giorgio Armani in der Farbe 505 Eye Tint. Ist das, heißt das? Ein ganz, 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 ganz toller Ton. Ich trage ihn jetzt leider nicht auf den Augen auf, weil ich gleich noch weitermachen muss. Eine sehr, sehr schöne Formulierung. Das geht so ein bisschen in die Duochrome Richtung. Grün, blau, ein bisschen rosa kann ich entdecken. Sehr, sehr schön. Rival Loves Me hat ein ähnliches Produkt rausgebracht. Vor einer Weile schon in der Farbe Into the Universe. Die Liquid Eyeshadows, die liebe ich ja. Ich hatte ja auch welche in meiner Kollektion. Der ein bisschen mehr gröberen Glitzer. Die brauchen auch einen kleinen Moment, bis sie angetrocknet sind von Rival Loves Me. Funktionieren aber sehr, sehr gut als Topper. Also wenn du nur so ein bisschen nimmst, dann gehst du hier rein und dann kannst du es einfach nur so ganz leicht auf dein Lid toppen. Und hast nur so einen Schimmer. Sehr, 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 sehr gut und eine wunderschöne Farbe. Also ich finde es ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin, dass es so ein bisschen diese Liquid Eyeshadows und vor allen Dingen dieses Holo und Duochrome. Wobei es ist, glaube ich, einfach nicht mehr die Zeit. Mittlerweile ist alles Vanilla Girl. Es sieht richtig, richtig schön aus. Es gibt auch von Asam neue Lipglosse. Das sind die Ultra Glaze Lipglosse. Ich benutze jetzt hier mal die Farbe Liquid Opal. Habe ich noch nicht getestet. Riecht sehr gut. Oh ja, das ist so ein bisschen... Sieht so ein bisschen aus wie Lippenpflege, ne? So seht ihr das Ganze auch nochmal von Namen. Das ist sehr, sehr reflektierend. Also nicht zu... Also da ist ein Schimmer mit drin. Den kannst du kaum sehen. Eher so ein irisierender Look. Sieht auf den Lippen sehr natürlich aus. Also als hättest du wirklich viel getrunken. Und erinnert mich so ein bisschen an die Kylie Pflege hier. Die mag ich sehr gerne. Das ist so ein Gel. Wenn du das auf die Lippen machst, sieht es ähnlich aus. Wow. Das Puder ist phänomenal. Aber gut. Ihr kennt mich. Ich teste die Sachen erstmal, bevor ich sie euch zeige. Ich bin super gespannt, welche Dupes ihr diesen Monat wieder entdeckt habt. Ich suche wieder weitere Dupes für euch, wenn ihr das wollt. Schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich benutzt habe, unten in der Infobox. Denkt an den Asam-Rabattcode. Da könnt ihr 15% auf alles sparen. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie habt ihr natürlich bei Asam auch. Das wisst ihr. Das gilt immer. Ich schreibe euch alle Informationen unten rein. Schaut auch gerne wirklich in die Infobox vorbei, weil ich dort wirklich vieles immer verlinke, wenn ich es mal beiläufig erzähle. Ich danke euch. Wir sehen uns ganz bald. Hier wieder. Tschüss.